Einz war der Moor ein fruchtbares und reiches Land. Die Woldelemme, die wir uns selbst nennen, lebten in Frieden und Eintracht. Doch dann kam der Woid über uns, große Wege. Ganze Landspriche wurden verschlungen. Mit dem Woid kamen grauenerregende Wege, die wir nie gesehen hatten. Viele von uns fehlen im Kampf. Andere suchten ihr Heil in der Flucht. Und rannten in ihr Verderben. Sie waren gezwungen, ein Vols von Kriegern zu werden. Und um ihr Überleben zu finden. Selbst heute, Jahrhunderte später, geht der Kampf weiter. Obwohl der Woid nicht weiter fortwimmt, speichert er nach wie vor Monster auf, welche die neu geschaffene Ordnung zum Reich entwohlen. Die Woldelemme sind ein stolzes Volk und bitten nicht um Hilfe. Doch könnten wir mutige Krieger gebrauchen. Dies ist eine Zeit für Helden. Schließ dich meinem Volke an. Ich bin Umuslem, Königin von Tamur und Herrscherin über die Woldelemme. Ich bin Umuslem, Königin von Tamur und Herrscherin über die Woldelemme. Ich bin Umuslem, Königin von Tamur und Herrscherin über die Woldelemme.